Weiber-Fastnacht in Sillenstede. Um Punkt 11.11 Uhr haben am Donnerstag in Sillenstede die Altweiber das Regiment und den Schlüssel für das alte Rathaus übernommen und den Herren der Schöpfung die Schlipse abgeschnitten. Bis zum Aschermittwoch ist Sillenstede Faschingshochburg in Schortens. Kinderkarneval, der Seniorenkarneval für die ganze Stadt und der Rosenmontagsball werden in Sillenstede gefeiert. Außerdem gibt es den Lehrlingslauf und am Dienstag noch das Besenwerfen. Die 15 Altweiber von Sillenstede hatten diesmal ihren 30. Auftritt und gingen vor dem Rathaus Siegfried Ulrich vom Verein Handel, Handwerk und Gewerbe mit der Schere an den Kragen und schnappten sich auch den Schlips von Stadtmarketingleiterin Heide Schröder-Wart, die heute in Vertretung für den Bürgermeister nach Sillenstede kam. Drinnen gab es Berliner und Sektchen, dann zogen die Weiber als wandelnde Kaugummiautomaten sinkend weiter, um Geld zu sammeln für den guten Zweck. Unter anderem für den Kinderkarneval. Unter anderem für den Überbletschmutzung. Unter anderem für dennoch herrschenkoch. Unter anderem für den Zimmernstede kam. Wir waren mit dem Siegfried Ulrich von Sillenstede kam. Die ist die Chorlose, die siegfried Ulrich von Sillenstede kam. Die Schorlose, die siegfried Ulrich von Sillenstede kam. Oder in der Schorlose, die siegfried Ulrich von Sillenstede kam. Vielen Dank.